Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bettags Malschule. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie schnell und einfach mit der Alla Prima Technik und wasserlöslichen Ölfarben dieses Seerosenmotiv gemalt werden kann. Ich verwende wieder neun Farben aus meiner Grundpalette, die Sie alle problemlos zu weiteren Farbnuancen mischen können. Wenn Ihnen der leicht rosarote Farbschlag nicht gefällt, können Sie auch andere Farbtöne verwenden. Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Schauen Sie mir jetzt ein wenig über die Schulter und lernen Sie, wie es geht. Bevor ich mit dem Malen beginne, muss ich erst einmal die Vorlage auf den Keilrahmen übertragen. Das kann man mit der Rastermethode machen oder mit einem Kohlepapier. Die kaum sichtbaren Striche ziehe ich dann mit einem schwarzen permanenten Filzstift nach. So bleiben Sie bis zum Schluss erkennbar. Anschließend übermale ich die schwarzen Striche mit Fetalo Blau. Die Farbe wird dabei leicht mit dem Thinner von Artisan verdünnt und schwächt das intensive Schwarz des Filzstiftes leicht ab. Für die Schatteneffekte verwende ich einen breiten Katzenzungenpinsel. Es entsteht eine dunkle Skizze, mit der ich beim weiteren Farbauftrag die Übersicht behalte. Den Hintergrund mische ich mit Karmesin, Cadmiumrot und Titanweiß zusammen, sodass ein leicht rosa Farbton entsteht. Ich trage diese Mischung mit großzügigen Pinselstrichen auf. Die Farbe darf sich ruhig mit der dunklen Skizze vermischen. Dadurch entstehen zwischen den dunklen Schatten und dem hellen Hintergrund weiche, fließende Farbübergänge. Mit einem hellen Kobaltblau setze ich die ersten Lichtspiegelungen auf die Wasseroberfläche. Wie Sie sehen können, werden nur einzelne helle blaue Striche aufgetragen. Gleich danach kommen weitere Striche mit Cadmium Orange hinzu. Die hellen Lichtspiegelungen auf der Wasseroberfläche male ich mit Titanweiß. Ein Teil der Farbe verschmelze ich sofort mit der darunterliegenden hellroten Farbe und so entstehen ganz von selbst dezente Farbabstufungen. Mit dem Hintergrund, in diesem Fall das Wasser und die Spiegelungen bin ich fürs Erste zufrieden. Deshalb wende ich mich jetzt den Seerosenblättern zu. Diese werden mit einer sehr hellen Mischung aus Fetalo Grün und Titanweiß erst einmal flächig ausgemalt. Der türkise Schimmer dient hier als Grundfarbe. Darauf kommt dann mit permanent grün hell eine weitere Schicht. Da die Farbe jetzt nicht mehr verdünnt wird, entsteht eine leichte Struktur auf der Oberfläche und lässt das Licht funkeln. Im zweiten Blatt male ich mit permanent grün hell nur die Ränder aus. Darauf kommen dann mit Titanweiß die ersten Lichteffekte. Mein Farbstrich ist direkt und einmalig. Es gibt keine Vermischung der Farbschichten. Im Bereich der Seerosenblätter male ich mit Cadmiumrot weitere Lichtspiegelungen auf die Wasseroberfläche. Das Licht soll sich darauf ganz leicht spiegeln. Anschließend werden mit Fetalo blau die ersten dunklen Schatteneffekte erzeugt. Ich arbeite sehr vorsichtig und setze meine Pinselstriche sehr gezielt. Fast zögerlich. Denn der kräftige dunkle Farbton kann die Bildwirkung auch nachteilig beeinflussen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie die Seerosenblüte gemalt wird. Zuerst setze ich einige lange Striche mit dem Katzenzungenpinsel und Cadmiumrot. Darauf kommen weitere Striche mit Karmesinrot. Dazwischen kommen dann einige Striche Titanweiß. Sie sollen die Lichtseite der Blütenblätter darstellen. Ich achte darauf, dass sich das Weiß nicht zu stark mit der darunterliegenden oder danebenliegenden Farbe vermischt. In der Mitte der Blüte deute ich dann mit Orange die Blütenstängel an. Darauf kommen dann mit Cadmiumgelb die Pollenstränge der Blüte. Hier trage ich die Farbe unverdünnt Pastos auf. Die Form der Blütenblätter entsteht durch die Pinselstruktur. Unterhalb der Seerosenblüte deute ich mit permanent Saftgrün noch einige Blätter an. Auch hier reichen wieder wenige Striche aus. Mit Fetalo Blau entsteht der Schatten unterhalb der Blüte. Um den Effekt zu erzeugen, werden nur wenige Pinselstriche gesetzt. Die Blüte ist noch nicht ganz fertig und trotzdem kann man an ihr sehr schön die Wirkung der Alla Prima Technik erkennen. Der fette, strukturierte Farbauftrag formt die Blüte. Alles ist mit wenigen Strichen entstanden und wirkt doch sehr plastisch. Ich mische jetzt verschiedene Grüntöne aus Fetalo Grün, Cadmiumgelb und Permanentgrün zusammen und male damit das Schilfgras, das im Vordergrund aus dem Wasser ragt. Mit Titanweiß helle ich einige der Blätter auf, sodass Kontraste und schwache Lichtspiegelungen entstehen können. Mit einer Mischung aus Fetalo Blau und Titanweiß erzeuge ich einen hellen, leuchtenden Blauton. Damit schwäche ich einige der intensiven Schatten rund um die Seerosenblätter ab. Das nimmt den Schattenbereichen die Härte und taucht das Bild in eine sanfte Abendstimmung. Weitere Lichteffekte werden mit Orange und Cadmiumgelb aufgetragen. Diese entstehen in der Regel sehr spontan und sind deshalb schwer zu erklären. Hier kommt beim Malen sehr viel Intuition und Gefühl ins Spiel. Ich muss aber aufpassen, dass ich es mit den Effekten nicht übertreibe und das Bild totmale. Zum Schluss wende ich mich noch einmal der Blüte zu. Die Blätter sollen mit einer weiteren Struktur plastischer werden. Dazu verwende ich Titanweiß, das ich unverdünnt auftrage. Ich ziehe mit dem Pinsel tiefe Furchen in das Weiß. Die Blüte sticht so dem Betrachter sofort ins Auge und wird zum Blickfang in meinem Bild. Am fertigen Motiv kann man sehr schön erkennen, wie die pastosen Farbschichten die Leuchtkraft der Farbe beeinflussen. Eigentlich gibt es in diesem Motiv kaum ein Detail. Alles wurde mit raschen Pinselstrichen aufgeworfen. Das ist typisch für die Alla Prima Malerei und optimal fürs Nachmalen. Denn man muss nicht so genau darauf achten, ob alles stimmt und kann sich auf den Farbauftrag konzentrieren. Probieren Sie es aus und Sie werden sehen, wie einfach das geht. Die Blüte Die Blüte Die Blüte Die Blüte Die Blüte Die Blüte Die Blüte